Die Lausitz ist im Oktober vom traditionellen Abfischen geprägt. Dabei werden die Teiche abgelassen und die Fische mit Zugnetzen gefangen. Ein Teil wird fangfrisch vor Ort zum Verkauf angeboten. Für viele Schaulustige sind diese Veranstaltungen ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Der Horkal-Teich von Bischofswerda war am vergangenen Wochenende Treffpunkt für zahlreiche Ausflügler. Sie verfolgten das immer noch körperlich anspruchsvolle Abfischen mit großem Interesse. Michael Gäre, Inhaber vom Fischhandel Opschonker und seinen Helfern gingen ca. 7 Zentner Karpfen ins Netz. Das entspricht ungefähr drei Viertel der eingesetzten Jungkarpfen. Der Verlust musste in hier heimischen vier Fischottern zum größten Teil angelastet werden. Neben dem fangfrischen Fisch fanden wie gewohnt auch Fischsuppe, Fischsemmeln und vor allem geräucherte Forellen ihre Abnehmer. Die Schwäne haben sich von dem Trubel offensichtlich nicht beeindrucken lassen. Sie brauchten auch keine Bedenken zu haben. Bereits in der Nacht wurde das Wasser wieder angestaut. Denn schon am nächsten Wochenende werden die Fische für die kommende Saison eingesetzt.